Halt, Moment, wenn du das Bild drehst, kann ich es nicht mehr nehmen. Ja, das bringt doch nichts, in dem Moment kann ich es nicht mehr nehmen. Wissen, wenn du aufmachst, dass es runter fällt. Ja, aber dann fällt es nicht mehr. Lass mal, mach mal auf einfach. Es muss ja irgendwie drauf sein, vielleicht geht es ja. Oh, Moment, ich fahre mal ein Stück vor. Einfach mal noch ein Stück vor. Das ist eigentlich, wenn ich komplett rausfahre, und ich fahre einfach rückwärts da rein. Halt das mal gerade, geht das irgendwie? Was? Hä? Scheiße, wir haben den anderen Stock jetzt verloren, würde er? Nein, nicht nur dann. Scheiße. Ich hänge an dir fest, ich komme dann weg, ich hänge zwischen deinen Reiben fest. Alter, was machst du? Das ist ein richtig scheiß Ding, was du da hast, ganz ehrlich. Okay, pass auf, Kommande zurück. Kannst du dir irgendwie ein Anhänger reinhängen, und ich mache das mit dem Kran, ich kann hier ein Kran ran bauen. Ich hole jetzt einen Kran. Das ist ja nicht damit anzusehen, hier. Ich will es ja immer noch sagen, es ist nicht so rund. Das ist ja grauenhaft, was du hier anstellt. Was lachst du? Pappen ziehen! Ja, dann vorwärts zur Werkstatt. baut ihr bei den holz anhänger rein und ich will ja ein kran also den wieder ab so wo ist denn ihr kran ich hab doch holzauflieger mit kran so montieren hat weiter funktionen kann ladung tragen mittellange stämme 4 ich muss doch noch was anlegen aber ich müsste auch mittleren holz anhänger funktion wir haben ja zwei wegen ja ich würde dann wie du kannst es vier transportieren ja wir fahren jetzt erst mal nur für den leiten ich würde dann rüber zu mit dem wie gesagt wenn man rüber zu fahren würde ich gerne mit dem hier vorn weil das nämlich das stärkere ist von den beiden ich würde dann ich würde dann durch die Wo ist es jetzt schon hier, mit der oben erst. Also das, wo man wirklich grauenhaft was Situation abgeleistet hat, das kann man so wirklich sorgen. Was du letztens alleine mal gespielt hast, wie hast du das so geschafft? Du hast doch letztens in der map alleine gespielt, oder? Ja, aber mit einem anderen Frauen. Was hast du jetzt mit dem Anhänger gemacht? Sag mal einmal mit kompetenten Leuten zu arbeiten. Der Anhänger, der gehört so. Guck, er riecht jetzt hier nur noch ein. Hallo, will er hin? Ich glaube, es gibt viele Holzstämme, die da auf dem Boden liegen. Schon ist nicht so. Wo willst du überhaupt hin? Wie viel Holz kannst du da reinladen? 800 Stück? 4. 4. Ich kann auch 4 Leute. Mein LKW ist zu immer kleiner. Ah, es ist auch 2 hier. Ja. So. So. Da machen wir es richtig. Und geht. mal kurz zu stellen. Dann geht er mal aus dem Weg. Und guck mal, was dieses Pferd her kann. Was kannst du lauten? Mit lange oder lange? Ja. Was kannst du lauten? Mit lange oder lange? Ja. was geht dann? Ja. 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 H蒼! Du denkst, der zweite ist tot muss abgeschwimt werden Vielen Dank. Ich hoffe, wenn du bereit bist zum Beladen. Philipp, bist du noch da? Ich bin noch da. Ich belade mein Fahrt schon. Okay, dann mach das. Ich muss auch mal mein Basisauto abzutreten. Ich bin noch da. 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 über den blöden See Moment, ich muss drücksetzen? Ich bin noch übelst weit weg von dir Nein, du weißt das nicht, du bist seltener Irgendwann, dass du gerade auf warst, oder ich gedacht Oh no Nein, du weißt das nicht Fuck Nein, wir können Nein, wir können Nein, wir können Du bist da durchgefahren? was dadurch geworden ich habe ich habe nur schnell meinen tank lkw dort ausgepackt der wäre voll also wenn du dort voll tanken möchtest ja mein auto weil da können können es da anhalten weil der tank warum ist voll habe ich vor uns an der tankstelle von vollgemacht da ist david ja Also der eine Typ hier, wenn ich auf der eine Anhänger den wir gefunden haben, der kann sogar Langholz tragen mit 6 Punkten. Mit dem einen LKW könnte ich auch 3 und 3 laden. Also 3 als Ladenfläche und 3 als Anhänger nochmal, kurzes Holz. Achtung! Achtung! Oh! Oh! Ich bin ein bisschen stark in die Kurve gegangen, da wäre etwas umgekippt. Achtung! 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 Es war so schön mit den guten Straßen bisher, jetzt geht die Scheiße wieder los. So, jetzt geht es weiter. 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 So. 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 So.